Bei GZSZ überschlagen sich in der kommenden Woche, 13. bis 17. November, die Ereignisse, Tonys Sucht steigert sich weiter und Jonas' Unfall wirft Fragen auf. Gerade ist gute Zeiten, schlechte Zeiten sehr spannend. Jonas hatte einen Unfall und es ist unklar, wie es danach mit ihm weitergehen wird. In der kommenden Woche will die RTL-Soap unter anderem diese Frage beantworten. Aber auch bei Toni wird es noch einmal brenzlig. Gerna und Yvonne verlieren ihr Pflegekind. Es ist noch nicht lange her, dass Gerna und Yvonne Lukas bei sich aufgenommen haben und auch wenn es am Anfang schwierig war, wachsen die drei als Familie immer weiter zusammen. In der kommenden Woche meldet sich das Jugendamt bei Yvonne und Gerna, um Bescheid zu geben, dass der leibliche Vater von Lukas gefunden wurde. Obwohl sie sehr unglücklich über diesen Umstand sind, unterstützen sie Lukas bei seiner Entscheidung und lassen ihn gehen. Tonys Sucht wird immer schlimmer. Toni sitzt zitternd auf dem Bett und verspürt einen immensen Suchtdruck. Ihre Abhängigkeit von Tabletten versucht sie mit einer Minimaldosis zu bekämpfen, aber dann bekommt sie einen Anruf. Damit sie bei ihrer Arbeit weiterhin nicht auffällt, greift sie zu noch mehr Tabletten. Jonas hat einen Unfall. Eigentlich läuft es für Jonas gerade sehr gut. Aber dann geschieht das Unglück. Er hat einen schweren Unfall. Als Moritz Lili und Luis ihn am Boden liegend finden, geraten sie in Panik. Er muss notoperiert werden, während Maren sich um Michi kümmert, der von all dem nichts weiß. Im Krankenhaus erfährt Jonas' Mutter dann, dass er am Rückenmark verletzt wurde. Sein Unfall könnte dafür sorgen, dass er querschnittsgelähmt ist. Währenddessen findet Luis heraus, dass Jonas' Unfall möglicherweise hätte verhindert werden können.